Liebe Picobello Kunden, hier zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie die Picobello Hundewindel für große Hündinnen anlegen. Unser Modell heute ist Bonnie, eine Golden Retriever Hündin mit einem Gewicht von 25 Kilo. Auf der Innenseite der Windel sehen Sie die eingenähte Tasche, die zum Einlegen von zusätzlichen Saugeinlagen bei starker Inkontinenz verwendet wird. Führen Sie die Rute Ihrer Hündin durch die Schlaufe der Windel. Führen Sie das erste Band unter dem Hinterbein der Hündin durch und ziehen Sie es durch die Schwanzschlaufe. Halten Sie das Band fest. Verfahren Sie nun mit dem zweiten Band auf die gleiche Art. Ziehen Sie die Windel fest, indem Sie die beiden Bänder nach oben ziehen. Überprüfen Sie, ob die Windel den Harnröhrenausgang und die Genitalien der Hündin bedeckt. Führen Sie die beiden gespannten Bänder an den Flanken der Hündin wieder nach unten und binden Sie sie seitlich oder unter dem Bauch zusammen. Prüfen Sie, ob die Windel richtig sitzt. Sie sollte gut anliegen und mit den Bewegungen des Hundes mitgehen. Fertig. Das war Bonny für Picobello Hundewindel. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie bei starker Inkontinenz mit Zusatzeinlagen die Saugleistung der Picobello Hundewindel erhöhen können. Die Picobello Hundewindel ist mit einem fest eingenähten Saugvlies ausgestattet, das den Urin oder das Läufigkeitsblut sehr gut aufnimmt und ins Innere der Windel leitet. Bei starker Inkontinenz kann mit Hilfe von zusätzlichen Saugeinlagen die Aufnahmekapazität der Windel erhöht werden. Es gibt drei verschiedene Einlagen. Die Komforteinlage mit spezieller Air-Led-Technologie bindet die Flüssigkeit durch ein feines Granulat, das sich bei Flüssigkeitskontakt in ein Gel verwandelt. So behält die Einlage eine trockene Oberfläche. Sie ist sehr dünn und vor allem für sensible Hunde geeignet. Die Komforteinlage ist unsere saugstärkste Einlage und für besonders starke Inkontinenz geeignet. Die Fließeinlage aus 24 Lagen Zellstoff kann individuell zugeschnitten werden. Sie kann je nach Stärke der Inkontinenz einfach, doppelt oder sogar in dreifacher Lage verwendet werden. Die waschbare Einlage besteht aus dem gleichen Material wie die Windel selbst. Sie enthält ein saugstarkes Vlies und verdoppelt die Aufnahmekapazität der Windel. Die waschbare Einlage ist eine nachhaltige und ökologisch vorteilhafte Variante. Die Einlage einfach in die dafür vorgesehene Tasche einlegen. Sie können mehrere Einlagen übereinander verwenden und auch untereinander kombinieren. Damit der Hundebauch möglichst trocken bleibt, haben wir als Taschenmaterial einen speziellen Hightech-Stoff verwendet, der die Nässe in das Innere weiterleitet und extrem schnell trocknet. Alle unsere Produkte finden Sie in unserem Onlineshop www.picobello-hundewindel.de. Wir beraten Sie gern.